Willkommen zu Kita Today, unserem fast täglichen Kita-Format. Ich bin Rechtsanwerteiler Klaus von den Kita-Rechtlern und ich weiß nicht, wie es bei euch so im persönlichen Umfeld ist, aber zumindestens ich bzw. meine Frau und Bekannte und so, wir haben den Eindruck, dass spätestens im Dezember wir ganz viele neue Kinder anscheinend auf der Welt begrüßen dürfen. Coronavirus sei in diesem Fall vielleicht mal Dank. Jedenfalls scheinen ja diesen Eindruck auch ganz viele Zeitungen zu bestätigen und Zeitschriften und es wird davon ausgegangen, dass ab Dezember, Januar ganz, ganz, ganz viele neue Kinder, das sind und die, oh Überraschung, dann auch relativ zeitnah einen Platz in der Krippe Kita in der Kindertagespflege benötigen. Und, und deshalb mache ich auch dieses Video, dann wird es wieder Leute geben, die sagen, oh, das konnten wir doch gar nicht erwarten. Welch Überraschung, wenn wir das vorher gewusst hätten, dann hätten wir doch auch ganz andere finanzielle Maßgaben getroffen, damit der Kita-Platz-Ausbau so schnell wie möglich voranschreitet, wie wir es in unseren sonntäglichen Reden immer auch wieder behaupten. Naja, wir merken aber auf der anderen Seite, dass mancherorts der Kita-Platz-Ausbau ganz schön in Stocken gerät, gerade weil die kommunale Kasse leer ist und das wird auch nicht besser werden mit dem Einbruch der Gewerbesteuer, wenn die Kommunen weniger Geld haben. Und das bedeutet, es ist weniger Geld da, was man eben sinnvoll in die Infrastruktur und im weitesten Sinne dazu dann vielleicht auch dann Kitas und Schule zählen mag, eben zu investieren. Und das wird ein Riesenproblem geben. Uns als Anwälte soll es in dem Fall vielleicht mal nicht ganz so sehr stören, weil wir über die Kita-Platz-Klagen, über die Eilverfahren ja ganz gut im Geschäft sind. Aber es ist natürlich trotzdem einfach ärgerlich, weil wir jedes Mal das Schicksal dahinter sehen und das Schicksal eben bedeutet, naja, Mama kann nicht aus der Elternzeit rechtzeitig zurück in das Arbeitsleben. Der Papa vielleicht seinerseits auch. Das soll ja immer schön fair verteilt sein. Aber was noch viel, viel trauriger ist, wirklich trauriger ist, die Kinder, die sich wirklich dann auch ab einem gewissen Alter auf eine entsprechende frühkindliche Förderung freuen und das dann eben auch genießen sollen, weil das ist ja der Grund, warum wir das Ganze machen. Das heißt, ihr da draußen mit Verantwortung für Ausbauprogramme, Kita-Plätze und Co. Bitte bedenkt, da kommt eine große Welle, diesmal nicht Corona-Welle, sondern Kinderwelle mit ziemlicher Sicherheit zur Jahreswende und dann spätestens in einem Jahr auf euch zu. Bitte jetzt handeln, damit wir nicht diese Videos und dann kommt dieses Video mit einem lauten I told you so, dass wir nicht diese Videos dann auch unbedingt in diesem Ausmaße auch in jetzt 14, 15, 16 Monaten machen müssen. In dem Sinne, morgen geht es garantiert weiter. Bis dahin. Ciao.